ARD Text im Auftrag des ZDF Aber Spider-Man ist der gleiche Ja, nur eben gerade war das einer mit GP oder irgendwas Naja, diesmal gewinnen wir Weil letzte Runde haben wir in der Nachspielzeit ganz knapp verloren Ich glaub die war auch einige Minuten lang die Nachspielzeit Ja Wow Ich weiß auch nicht, irgendwie hab ich den zweimal geblasht Ist okay Ich merk schon Ha, wie wir alles mal einfach gleich haben Ja, dann hier noch ne Show abziehen Mhm Weg Sorry Macht nix, ich bin nach Seite gefahren damit du schießt Das hat er versucht mich wegzuhauen Ja, nachdem ich ihn da zu schön weggeräumt hab, ah verdammt Was? Er hat ihn genau an der Wand hängen Was? So macht man das aber nicht Ja, aber bei mir hat er ihn genau an die Wand hinter mich gehängt Er hat ihn dann nicht mehr weggelassen Ich bin genau zwischen Ball und Wand durch Ja Deswegen fahr ich ganz selten bei solchen Wellen in die Wand Weil ich die immer fail Ich fahr die auch jedes Mal Ich fahr die auch jedes Mal Deswegen fahr ich immer lieber am Boden Kann ich besser korrigieren Ah schade, geh weg Okay Okay Und ich bekomme eine Vorlage, das ist die Hauptsache Ja, vor allem hab ich den eigentlich auf dich geschossen Ja Ich hatte grad schon wieder eine Disconnect Anzeige Mal sehen Aber da ist ein 40 Cup hängen Wenn ich gleich rausfliege Naja, dann gewinne ich halt alleine In der Aufnahme gelingt mir das ja irgendwie immer Fallschecke Ja, ich war froh, dass ich die getroffen habe Ich hab was... Oh, er ist raus Juck, das fang mit gerade Ja, weil er einfach mega verschossen hat Sein Partner ist weg Bin gespannt, wann er aufgibt Ja, wie sollte ich den anders nehmen Ich wette, dass sein Partner hat nach dem Eigentor auf Aufgabe gewartet Der hat mal eingesagt Und dann ist er gerade sicher bist Nein! Ah, ich dachte ich hab ihn überspielt Schade Ah, jetzt hab ich ihn aber Oh Oh, schade Oh Ja, das ist sehr schön Er hat mich gegengeschubst Ja, mach weiter so Der kommt aber auch echt an jeden Fall So, ich ram ihn weg Na toll Ich hab die ganze Zeit festgepitt Ja, ich war schon So, jetzt hab ich ihn weggehauen Sehr schön Jetzt du Kann schon Ja So gehört sich das Ah, hab ihn auf rührte ich habe ihn fast wieder aufs Tor aber ich habe den Ball noch gespielt schön ins Oberreicht dritte Vorlage ja die erste Runde geht an uns und wenn wir jetzt noch eine gewinnen dann bin ich sogar Gold ja Gold Gold ist doch eine schöne Sache oder? das kann man auch schnell wieder verlieren ne also wenn man da einmal ist dann muss er sich sehr doof anstellen und es wieder zu verlieren wow oder man spielt mit gewissen Leuten zusammen ja ok ah schade kommt so schnell runter wir haben ihn sogar fast noch bekommen auf jeden Fall sehr schön mich ausgespielt und den Gegner im Pass gespielt ja ich wusste nicht ob du jetzt fährst oder nicht ja und dann hast du dir gemeint spielst du lieber zum Gegner anstatt das den ganzen Deckhaus wäre es egal gewesen ja ok jetzt schießen wir über den Tor nach der schönen Parade ich bin im Tor und dann ist doch und dann ist er ja 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 Aber er wollte nicht. Oh shit. Jetzt haben sie mich an die Decke hochgeschlagen. Hab ich gesehen. Aber er fällt. Ah, schade. Der andere. Gehst du? Oh. Scheiße. Nice. Das war der schlimmste Save, den ich je gemacht habe. Nein, du hast schon Eigentore geschossen. Das waren dann aber keine Saves. Eigentore. Sorry. Sorry. War auch ein bisschen doll. Der ist schön. Aber leider daneben. Ich leider auch wieder. Aber jetzt den Nachschuss. Komm schon. Oh nein. Ja, schade. Nein. Wie zur Hölle bin ich jetzt schräg an dem Ball vorbeigehüpft? Oh oh. Ich hab ihn geblockt. Au. Auf. Warum wirst du denn jetzt? Du hast so lange gewartet. Das hat mir Angst gemacht. Ich wollte diesmal sicher gehen, dass ich nicht die an der Watt wieder so komisch vorbeispringe. Oh. Oh. Oh, er schließt ein Hecktor. Ja, hab's gesehen. Das war einberechtigt, ne? Mhm. Unglücklich. Nein, glücklich. Wir sind jetzt glücklich. Wir sind jetzt glücklich. Ups. Wir sind schon die ganze Zeit glücklich. So, weggerammt. Oh, ne, ne? So, komm schon, mach was sinnvolles. Was? Was tut er jetzt? Er tut einfach nichts. Ja, und der andere hat das dann blöd gemacht. Ach, schau. Der macht was. Hab ich. Ja, schön. Ja, wie immer halt, ne? Wow. Sehr selbstbewusst heute. Ja. Kann ich mir erlauben. Ich bin jetzt Gold. Also, ich vermute nicht, dass ihr das hier noch verliert. What? Was hast du geil gesagt? Wir verlieren. Ich hab irgendwas von verlieren verstanden. Alter, der war geil geschossen. Also, Respekt. Okay, dann gewinnen wir halt den. Er kickt mich weg. Oh nein. Oh nein. Ja, sorry. Der wär sonst auch noch drin gewesen. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab nur gemeint. Oh nein. Ich muss ihn jetzt blocken. Du weißt, wie oft ich solche Bälle verspringe. Nein. Warum kommt der da? Nein. Ja, du hast ihn ausgespielt. Beide ausgespielt. Ich hab keinen Bus. Äh. Was? Du? Ganz ehrlich? Was war das? Er hat einfach nichts gemacht. Keine Ahnung, was er da probiert hat. Erst schießt er so ein richtig krasses Flugtor. Und dann fährt er einfach viermal im Kreis an der Wand. Oh, den mag ich nicht. Lass mich. Ja, lass mich verfehlen. Nein. Fast hätte ich den gehabt. Oh, ich hab ihn ausgespielt. Den hab ich geblockt. Treff ihn nochmal. Oder auch nicht. Nochmal, boah. Ah, ich bin weg. Ah. Ah, komm, die Ultra. Okay. Gold 1. Bitches. Wow, genau Gold 1. Gold. Ja, ich mein, wie viele Punkte? Äh. Ich glaub sieben oder so. Yeah. Ja, warte, wir könnt ja nochmal hier kurz reingucken. Extras. Ranked Rangliste. Doppel. Gold 1 mit 704 Ranglistenpunkte. Hm. Warte mal bis zum nächsten Spiel. Nein. Ja, Leute, ich würd sagen, das war's auf jeden Fall der Folge. Wir haben zwei Siege geholt. Ich wurde Gold. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Servus und ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.